Guten Tag, mein Name ist Burkhard Tombow, ich bin der Real-Avatar von Buchton Bloch im Second Life, im Cyberspace. Der hat dort eine sehr große Bibliothek mit über 400 Büchern auf dem Unkompetenzeller Basis. Meine Session heute hieß Cyberspace, der Avatar als Bibliothekar und hatte zur Aufgabe die Literatur im Cyberspace. In virtuellen Welten etwas vorzustellen, ein paar Vorurteile zu kommunizieren und einfach darüber zu informieren, dass möglicherweise das Internet, die Suche des Internets auch in die dreidimensionale Richtung geht und dass Bücher dort einen Stellenwert haben und haben können und wie das funktioniert. Das sollte versucht werden zu vermitteln. Es waren ungefähr sieben Personen außer mir anwesend. Es gab einige Zwischenfragen und ich denke, dass ich einiges an interessanten Wissen in meiner Literatur im Cyberspace vermitteln konnte. Vielen Dank.